Hey und willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal und zwar es geht weiter mit genau okay hey und willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal genau ich war schon für text vergessen hey und willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal es geht okay letztes mal haben wir die herbst der heimat abgeschlossen und wieder einmal einen der minions von ripto aus dem weg geschaffen ich muss da drüben zahlen und jetzt sind wir hier und ja was gibt es die sache ist so ich kann dir nur noch ein zwei bringen und wie alles was etwas wert ist wird es nicht billig 1000 ok der kopfstoß ist echt ganz einfach du musst nur springen und dann aktion drücken ok ok gut man kann ihnen keine kopfstoß verpassen aber diesem stein dann können wir in den anderen welten jetzt auch soll es holen aber das machen wir später ich bin jetzt zu blöd ich will zuerst eine neue welt erkunden ja oh so es ist Eis ich kann nicht stoppen bitte stopp ok es ist ein kleiner trost dass du so viele kugeln gesammelt hast mein hochleistungsportal bringt dich zu den den wolkentempel ok 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 Ich war mal einer von Avalas mächtigsten Zauberern, bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Der größte Zauberer ist eine Nete. Uh, das ist, okay, extrem knapp am Rand, aha. Yes, it's time to stop. Danke sehr. Ah, he's in the... Oh, no, 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 no. I'm a little bit stuck. Das ist nie passiert, machen wir einfach von vorn hier und da. Hey und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf Jusssuck. So okay, bau wieder da diese komische Brücke, die absolut asymmetrisch ist. So, irgendwie gebaut, ich bin der Architekt, mein Idiot. Ich bin der Schmuck. Ich bin der Schmuck. Ich bin der Schmuck. Was? Ich bin der Schmuck. Okay, ich bin der Schmuck. Okay, das ist ein Schmuck. Ja, okay. So, gut. Das ist gut. Wir müssen jetzt echt spammen hier. Spam, spam, spam. Spam, spam. So. Uh. Ah, okay. Das ist eigentlich, was ich eigentlich haben sollte zum Spucken. Aber ja, wir haben ja die Superpläne. Darum ist dieses Ding überflüssig. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich, wie immer, diese Juwelen sammeln. Und jetzt was? Das sollte irgendwo weiter gehen. Da geht es sehr, sehr weit. Uh. Aber da fehlt was. Okay. Haben wir alles? Yes. Yes. Indeed. Ah. Und jetzt geht es hier hoch. Okay. Okay. So. Gut. Den haben wir jetzt aus dem Weg geräumt. Und irgendwie müssen wir jetzt da rüber. Oder müssen wir einfach... Ah, okay. Wir können einfach rüberfliegen. Ganz easy. sehr. Nein. Je the High piece重要. Nein. 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 Non. Nein. 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 Das ist mal anstrengendes Level? Tja, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Weil immer irgendwie so fliegen oder Fledermäuse oder weiß auch immer. Juhu, okay. Hast du diese Viecher? Sind doof. Aha, Schafel, yes. Und noch ein Leben. Wir haben jetzt schon 35. So, wer sind sie? Ich bin Geheimagent. Ich geh zu meinem geheimen Hashtag. Nur Mitglieder meines geheimen Clubs dürfen da rein. Ich geh erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Agent Null. Okay, gut. Können wir machen. Nee. Uh, no, no. Oh, shit. Okay. Okay. Was? Let's try this again, okay? Where am I? Let's try this again,いい cosign. Ah. Oh. Hm. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Hi, eine大家- Ich habe nicht, ich habe eine Fahrt несколькоcc好了. Versteckt Can't see Spyro Cannot see Spyro Surprise Du bist hergekommen ohne mir zu folgen Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein Nimm diesen Geheimdecoder Dann können wir uns geheime Nachrichten schicken Yes, und sie bekommen von mir einen geheimen Dislike So, okay, diese Blumensätze sollten mal Wasser kriegen, die sie sehen leicht Verdörter Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Benötigt ja niemand da diesen Kopfstoß Nutzlos, wir haben ja die Superflame Nutzlos, Trash Gut, ähm Aber man braucht es trotzdem für gewisse Levels Aber Was ich nicht verstehe ist, dass das Das Game schenkt mir einfach mal jetzt hier Die Superflame Und Uh, genau 4000 Juin Und lässt mich nicht mal mit dieser Superflame arbeiten Ich muss noch unbedingt den Kopfstoß mehr erlernen Obwohl dieser total unnötig ist Ja, geht's, ähm Egal, wir können ja das halt auf die Harte zu machen Und ich glaube, hier geht's noch Oh, no, 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 it's time to stop, get some help Gut, und dann geht's here weh dad Oh, 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 oh. Das ist ein Wuh-Wuh-Wuh. Oh. Kann ich die einfach? Kaput. Kaput. Hmm, yes. Hey. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Clown dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Was? Echt? Okay. Hm, die geben mir gar keine Talismane mehr. Oh Gott. Nimm die Kugel, die sind eh besser als die so viel Talismane. Die glänzen. Und die kann man dann in die Christenbaum hängen. What is that? Okay. Okay. Unsere mystischen Glockentürme wurden von Trollen garant und die Glocken haben seit Tagen nicht geläut. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Okay. Diese Super-Frost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Okay. Okay. Dann nehmen wir doch... Uh. Wonderful Spyro. Wonderful Spyro. Wonderful. Schau mal. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch. Ähm. Egal. Oh. Oh. Sie ist da hoch. Okay. Ich bin schon zu gewohnt. Da hier einfach... Oh. Okay. Das ist viel zu weit oben. Oh. Come on. Es wäre Perfekto gewesen. Stopp. Jetzt ist es zu tief unten. Ich sage... Jetzt ist die Super-Fahrer ausgegangen. Try again. Zu tief unten. So. Dann so unten. Ich bekomme eine Krise. So. Stopp. 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 So. Und jetzt können wir so... Nein. Oh. Oh. Da hoch. Oh. 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 Das war fast nicht anstrengend. Oh. So. Jetzt noch weiter. Das ist zu hoch. Perfekt. Und jetzt da rauf und kabumm. Oh, das ist ein super-extremes Deluxe-Edition-Disgusting-Level hier. Okay, gehen wir wieder runter, dann haben wir den Weh, aber wenn sie da hoch und setzt. Shit. No! Nochmal. Stop! Stop! He is cheating! Was zur Hölle? Okay. 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 Wir warten bis dieses Ding weg ist. Das ist okay. 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 Die Attenten fehlen noch. Ab jetzt, die Attenten fehlen noch. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht da hinten, sondern trotzdem da vorne. Hier rüber und boink, boink und aha, gut. Und jetzt? Nein, ich wollte es rüber, das ist so. Ah. Hm? Also langsam wird es anstrengend mit diesem Zeug sammeln. Das ist ja sehr weit weg. Ah, okay. Ich sehe es. Wow. So, jetzt haben wir es geschafft. Woowoo. Können wir dieses so viel Level verlassen? Ich weiß zwar, dass man einfach direkt das Level verlassen kann, aber es ist noch so eine Challenge, zurück da hier zu kommen zum Portal um nach Hause zu gehen. So, hm. So, hm. Do it correctly. So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das?